Herzlich Willkommen zurück bei COSMETIERN! So in der letzten Folge haben wir hier unser 6er Schiff gehabt. Das hat mich ganz schön gefickt. Wir haben hier wahrscheinlich reingeschossen bei der FLAG. Feuer verursacht vermutlich und der Mehlreaktor in Brand gesteckt und kaputt gemacht. Das wird jetzt teuer. Ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich mit der Station runter fliegen. Das habe ich mir aber doch jetzt anders überlegt. Ich nehme nur das wertvolle Zeug von der Station einfach mit. Also ein paar Reaktorkerne und also wie heißt das? Uran und Prozessoren. Und Stahl liegt da ja eben oben. Dann können wir den reparieren. So, wollen wir das nicht entscheiden, wo du dich hinstellst? Da hin. Dann. Gib den mal. Wo bin ich? Dem. Das da. Das behalten wir. Da brauchen wir acht Stück von, um genau zu sein. Davon brauchen wir zwei. Ja, das war schön. Ah, und noch ein paar Kabel. Ein paar Spulen. Ich weiß nicht. 130 oder 40? Ja, es sind ja zwei Stacks. 40. So. Kommen wir nur zurück. Wo hinterher. Gucken wir mal, ob wir den jetzt hier heil kriegen. Schwerverrugelten. Ich habe die Leute vergessen. Ich hätte noch ein paar Leute kaufen können, glaube ich. Ja, das wird mich bestimmt all mein Geld kosten. Hallo. Wir haben noch Geld, damit ich das Geld gleich wieder dir geben kann. Ja, das kostet auf jeden Fall ein bisschen was. Mal an Bord. Ach ne, wir haben noch nicht mehr Zeug. Wir müssen erstmal was abbauen. Ach doch, würde ich dir was holen. Passt. So, pass auf. Wir haben hier. Das ist immer ein ganzes Mal was sichern. Wir brauchen auf jeden Fall das Cockpit. Wir brauchen den Reaktor. Oder werden wir noch nicht in den Spulen. Wir müssen dann doch erstmal was abbauen. Wir brauchen den mit mir am besten. Ja, habe ich doch noch irgend einen gelegt? Dachte ich. Wo ist er denn denn da? Nicht hier. Hier dachte ich war noch einer. Gucken wir mal rum. So weit weg. Da. So, den haben wir. Das da möchte ich. Dann können wir ein bisschen weg machen. Die Lockierung können wir auch erstmal weg machen. Oh alles? Oh ja. Mal gucken ob das reicht. So, mit dem da sehen wir ja. Nochmal, reparieren. Wir hätten gern den Reaktor immer noch nicht mit Kabel. Sag mir nicht, ich muss gleich noch mal das Kabel holen. Hier noch ein Verrack. Das sieht aber auch nicht aus, als ob das viel Kabel ablürft. Das ist ein Ding da. Das ist dann so eng. Das sieht aus, als ob wir alles haben, ja. Was frag ich hier so'n Typ? Mach das mal bitte nicht. Danke. Wie ne Menge Muni, da kann er sich gleich auftanken. Wir haben halt nicht durch Leute, glaub ich. Und dass der überhaupt was machen kann. Hoffentlich kann er fahren. Oder fliegen besser gesagt bis nach oben. So, jetzt sollten wir hier noch Kabel haben, wenn ich hier gerade gucke. So, dann können wir hier noch ein bisschen arbeiten. So, dann können wir doch schon arbeiten. Das nehme ich auch. So, schon mal runter. Oh ja, jetzt kriegt ich ja auch nicht mehr alles rein. Da liegen noch ein bisschen Platten. Die Holboxgleich. Die Holboxgleich. Kann man auf jeden Fall brauchen. So, jetzt fehlen noch ein bisschen Kabel. Ach, den Triestahl vergessen. Für die Kanone. Naja, das wird auch so funktionieren. So, wäre halt schön, wenn der Feuerwehrschokolade da ist. Die Gago. Die Kanone. Die Gago. Das da, das da. Wäre ja auch geil, wenn das ganz ist. Ja, Panzerung ist wichtig. Wir müssen irgendwie nach da kommen. So, war hier das da vielleicht. Ja, passt ja eigentlich fast alles. Da kann man ewig überall drauf drücken. Was jetzt hier noch fehlt. Wie ist das hier hinten beschädigt? Ach so, ja durch die Explosion hier rechts. Trotzdem der hier. Das, 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 das. Den da noch. Gut, mehr haben wir nicht. Ich sollte erst bereichen, damit er wieder mobil ist. Ich geb mal den ein paar Leute. Ähm. Man, nicht da. Hier. Ne, auch nicht. Neue. 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 Kann der ja noch ein paar abtreten. Ich glaube nicht. Der war selber auch noch unterbesetzt. Ach, der kann den auch noch zwei geben. Zwei kannst du da haben. So. Dann liegt da oben noch ein bisschen Plattengedöns, das hätte ich mal gehabt. Und hier irgendwo noch Muni-dächtig. Aber nicht nach dem lieber. Typ. Was ist da? Was ist denn das da alles? Das sind nochmal Platten und Munition. Genau. Mal vergessen. Mann, dieses Geräusch, ey. Wahnsinnig. So. Dann schick mal den gleich mal hoch, dass der neue Leute holt. Dann kann es auch schon weiter gehen. Was ist das hier? Ob er da... Wollte ich wegmachen. So. Oben noch Zeug. Was ist jetzt bei euch? Oh, Muni? Ne, der ist da nicht. Naja, fast ohne Verluste geschafft. Haben wir ja gerade hier oben das Zeug abgeschloppt. Das geht schon. Trotzdem relativ teuer. Bisschen ungünstig auch. Wenn wir auch ein bisschen mehr Personal haben, sind die Waffen hier auch besser gesetzt. Die hauhr halt auch nicht an. Bis jetzt... achso. Das ist da auch alles meins. Gut, dann den hier auf jeden Fall mal nach oben begleiten. Ich weiß nicht. Dahinter vielleicht. Du, Feuer frei. Schauen wir, wie weit du kommst. So, dann lädt hier keiner nach. Kommt da keiner ran oder was? Da fährt eine Tür. Wer macht denn sowas? Der hat jetzt hier natürlich nichts dabei. Er kommt da... Kommt die dadurch nicht da ran? Aha, aha, aha. Weißt du was? Da improvisieren wir jetzt einfach. Warte mal, scheiße. Da fehlen zwei Leute. Warte mal, scheiße. Ich nehme natürlich noch mit. Da fehlen da zwei Leute. Nur noch einer. Mach mich wahnsinnig. Jetzt. Ne, das bringt ja nichts. Wir sind zur Station. Tja, wichtig ist natürlich noch den... Schlitten wir gemeinsam zur Station. Den Schneckentempel. Du fliegst vor, das dauert eine Zunahme. Dann musst du die Sonne rausladen. Wieso ist denn da schon wieder jetzt einer raus? Mach mich fertig. Wer fehlt denn jetzt? Schon wieder aus dem Fighter? Ah. Ich glaube... Ne, ich warte mal jetzt. Jetzt bin ich etwas zurück. Ich weiß auch, hier ist keiner an der Steuerung gerade. Kann das sein, weil die hier... Doch, da haben sie eine Tür. Was haben sie vor? Warum geht der raus? Wir warten mal auf diese arme Person. Und diese beiden Arme. Vollpfosten. Jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an, was hier passiert, wenn der fliegt. Ich frage nämlich gerade nicht, warum die rausgehen. Die kommen nicht nach da. Da ist aber eine Luftschleuse irgendwo. Also... Vermute ich mal... Wo habe ich denn die Luftschleuse hier? Die wollen die Reaktorperne und so was da rüber treiben. Weil die Kanone fährt. Hm, das ist ja schwierig. Machen wir mal nein, nein, nein. U auch nein. Gucken was passiert. U auch. U auch. Habe ich nachher nicht vergessen, wieder anzumachen. Habe ich nachher nicht vergessen, wieder anzumachen. Obwohl hier würden sie ja nicht hinkommen. Die könnten maximal dahin. Mit denen hier erfüllen. Wofür wir das hier eigentlich übermachen? Tja. So mittelmäßig. Uh, kann ich schon mal ausladen? Ähm, ja, was ist los? Bibi. Ah, jetzt trischt er. Ah gut, der fährt ja sowieso gerade hoch. So, dann. Alles raus. Was? 119 Prozessoren. Das ist okay. Haben wir endlich alle Ressourcen verarbeitet. Bis auf das überall. Schick, schick, schick. Müssen wir uns hier gleich nochmal mit Muni und Raketen einkneiden? Ich wusste halt gerne. Aber das werde ich in experimentellen Modus ausprobieren. Ob die Raketen auch zur Seite... Ach halt scheiße, wo ist denn du? Erwartet wieder auf einen. Was ist mit der einer raus? Ich krieg ne Macke, Alter. Pass auf, wir holen jetzt das Zühl hier ran. Das brauchst du noch. 200 Platten, 40 Kabel, 40 Kabel und 30 Driesstahl. Okay. So, warte hier, bevor du auslädst. Hab ich's mir anders überlegt. Ah, ist schon zu spät. Ist quasi leer. Okay, gib mir mal 200 Platten. Ah, 40, 40. Man, mann, 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 mann. Ein bisschen Imperium drauf da oben. So. Warte, da ist doch bestimmt das Ding abgekratzt. Wie hält der jetzt? Was ist das? Ähm... Nö, das ist doch halb. Oh, ist egal. Können wir gleich auf die anderen Schufe verteilen. Hm. Das Aktion bin ja gerade Platten raus. Können wir die ganze Aktion nochmal abbilden? Achtet mal. So. Nochmal. Ich will 40 von denen. Das passt. Und danach 200 Platten. Jaja, gut. Okay, da können wir raus. Aber echt. Ist okay. So. Hab ich nicht gesehen. Entschuldigt. Hab alles richtig gemacht. Achja, ein paar Leute müssen ja auch noch holen. Ja, sobald das Ding fliegen kann, kann er selbst noch hoch. Muss ich die Leute abholen. Ausrede darauf. So. Mach mir jetzt nicht, es fehlt noch der Tri-Stahl. Scheiße, wieso denn? Hab ich den denn nicht eingeladen? Verdammte Axt. Weil ich aber alles abgebrochen habe. Nein. So. Also nochmal. Ich hätte gerne. Die Tri-Stahl. Wo ist er? 30. 40. 40. 40. Ja komm, 40. Super. Vielen Dank. Kommen wir mal zurück. So. Endlich. Es ist verbracht. Mal wieder alles anstellen, bis du dazu bist. Und jetzt fliegst du mal wieder gerade aus. Da rein. Dann guckst du mal die Station an. Wir haben keine Rundle. Wieso? Oh, wir haben ja noch ein Cockpit. Da war ja das kein Cockpit. Da hat man hier 100% Cockpit oder was? Achso, also guck bitte mal mal aus, geht wahrscheinlich ohne Strom. Daher war er nicht immer besetzt. Gut, okay, wir brauchen Leute. Ach scheiße, die habe ich doch schon. Kann keiner mehr, schade. Dann du nicht. Du da. Station. Nein, mal voll machen bitte. So, der hat, ne den hier fehlen noch welche. Wo ist denn da? Du brauchst auch noch welche. Ja, Station. Dann gib dir nochmal zwei ab. Du sollst dich ja eigentlich nicht bewegen müssen. So, wir sind geworfen zu den Scheiß, gleich nochmal abgeladen, was soll du denn jetzt? Ja, ich betanke mal gleich den hier. Hier kannst du es da haben. Und das da, das da, das da und das da. Der hat ja eigentlich noch, da können wir auch noch sechs haben. Dann habe ich mir von den ja viel wieder. Also, passt. Das sind ja jetzt alle Versorgzeiten. Los. Dann speichern wir die ganzen Akten hier. Gucken wir nochmal zur Piratenbasis. Versuch Nummer zwei. Schauen, ob wir diesmal ankommen. So. Ähm. Ich weiß nicht, du richtest dich am besten nach die... Achso, was machst du schon? Hä? Arsch mich. Ach, dein Leben ist auch okay. Du fliegst dahinter. So. Auf geht's. Hm. Vielleicht nicht ganz so nah ranfliegen. Au, wenn's pinkt. Dann werde ich noch mal kurz hier aufladen. Dass der nicht komplett leer da entgegen fliegt. Äh, was da kommt. Ich steige uns da so hin. Noch ein bisschen Schnatter. Ist bestimmt nicht der letzte. Da kommt noch was. So. Hat nichts aufgeladen. Passt. Gut schützt bei deines Lebens hier hinten. Also. Du guckst mir ganz vorsichtig vor. Speichert Hammer. Dann machen wir sie einfach nochmal. Ganz vorsichtig hier angejagt. So. Sieht aus wie zwei Plattformen, zwei Schiffe und halt die große Station. Mal gucken, was die Station kann. Ich würde gerne von oben. Da kann ich gleich eine Plattform wegmachen. Ich hoffe, dass hier einer von denen jetzt hier rein fliegt bei mir. Aber noch nicht so ganz. Ja, da bin ich nicht ganz so nah. Dann stellen wir uns mal so hin. Da wird ja wohl irgendeiner mal auf die Idee kommen hier rein zu fliegen, oder? Also vielleicht auch noch ein bisschen zu weit. Dann gehen wir noch einen Millimeter ran. Ist ja nicht das Problem. Jetzt auch. Dem Tag daher. Ein Vierer ist das. Wieder mit so einem bösen Disruptor. Ganz klar auf den Disruptor. Und dann von mir aus. Ja. Ich weiß nicht, ob das da überlebt. Wir gucken danach. Wenn der Disruptor fertig ist. Der kann eigentlich erst mal chillen, oder? So, wumms wir den mit Raketen. Haben wir Raketen noch Bock? Ja, ein bisschen Raketen sind noch da. Aber vielleicht brauchen wir die für die Station. Wir haben die noch. Er chillt einfach nur und guckt den da an. Rächtet sich schon mal aus. Kann den dann wegsnipern, wenn er Bock hat. Oh, scheiße. Aber ich krieg halt nicht hin, dass der da stehen bleiben soll. Und dann halt das Ding anvisieren soll mit seiner Dinkanone. Dann muss ich hier vielleicht auch mal noch mal eins draus machen. So. Das da. Perfekt. Bleibt stehen und ziert auf das. Wie sieht das aus? Das ist gut da. Da ist er hinüber. Dann auf die Kanone. Ich weiß nicht. Auf die Große. Ups. Okay. Nicht auf die Große. Auf die... Okay. Auf das Cockpit. Okay. Alles klar. Wer kommt da noch? Uh, der ist ein bisschen ungesunder. Die große böse Frillerkopf. Warte mal erstmal ausrichten. Ist das Schild schon gebrochen? Oder? Nee. Geht grad noch. Könnten unsere Disrupt da mal ausmachen. So gut wie nie einer, der ein nützliches Schild hat. So gut. Aus. Machen wir dafür einen Laser an. Wenn wir vielleicht mehr sind. So und du da. Ich hätte gern. Den da. Von hinten bitte. So. Ähm. Ups. Ja. Ich bin eigentlich ein bisschen drin. So. Scheiß Flack ist natürlich ungesund. Ach nee. Was jetzt? Keine Muni. Auf dem letzten Millimeter. Möge er doch schießen. Nein. Hahaha. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na ja gut. Dann müssen wir den halt so zerlegen. Ähm. Er hat Muni. Hast du ihn mal bitte ganz? Hätte ich gern gehabt. Oh. Was macht er jetzt? Er dreht. So ist okay. Er hat ja keine Muni mehr. Hab ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Wir sollten den hier mal recyceln. Ich brauche die Munition für die nächsten. Obwohl. Für die Station brauche ich wahrscheinlich keine Muni. Ich weiß halt nicht was da kommt. Ob das nachher so eine Laserstation ist würde ich da vielleicht doch gerne drauf fliegen. Und die irgendwie von hinten verbomben oder so. Mal gucken. Hol mal lieber die Muni. Kein Risiko. So. Und so weiter. So. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Perfekt. Dann gibst du Munition. Alles für dich. Nichts mit Abbauung wieder. Alles markiert. Das war noch weg. Perfekt. Wenn man eine große Bunga was machen kann. Aber hier den da. Den da so, den da so. Aber auch noch mal ein bisschen Müll. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der hat da nichts geladen, wenn die aus ist. So. Was haben wir hier noch? Achja. Da hin. Ein bisschen Angst. Dass die da vielleicht zu nahe kommen könnten. Gut. Dann gucken wir uns mal die Station an. Ganz vorsichtig. Hä? Alter? Hast du gerade die Station geplättet? Was? Willst du mich jetzt verarschen? Hahaha. Penner. Was wollte ich doch machen? Was ist hier passiert? Ja. Das war wieder so eine Station. Hahaha. Okay. Hab ich zerstört. Kein Problem für mich. Na ja. Aber das ist geklärt. Ist denn da einfach nach Kobo geflogen? Kann ja wohl nicht vor sein. Heftig. Ja. Mal durch die Mitte durchgeradert. Ah ja. Muni. Muni ist für dich. Komm her, Meiner. Schnapp hier deine Muni. Was sieht das aus? Ja, das wird wirklich komplett reinpassen. Aber da kann man es ja schon mal zerlegen. Was haben wir hier jetzt noch? Oh, zwei Kanonen. Hast du schon alle mehr innerviert? Ja, hier hast du ja noch mehr. Hoppala. Ist ein echtes Weggeschubst. Aber da kommt noch ein... Du darfst ja auch nichts außer Muni. Und dann los und so. Alles Muni. Zack, ist er voll. Kein Problem. Brauchen wir noch ein paar Raketen. Ich hätte gar keine Muni-Fabrik bauen müssen. Völlig überflüssig. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich irgendwelche Schäden hatte hier mit dem. Ja. Das habe ich immer noch. Alles raus. Da für dich. Vier Liebe gesammelt. Zwei Stück von denen. Tausend Platten. Oh, wir sind bei 16.000. Wir können bald Platten ignorieren. Oder mal ein ganz böses, großes Schiff bauen. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Wir werden da ja noch Leute für haben. Alles auf einem Schiff. Die Station quasi, die rumfliegt. Geisteskrank groß. Hm. Die Station allgemein ein bisschen ausbauen. Dass die ein bisschen gepanzert ist. Ich habe hier überall halt so eine R-Logs außen. Ich setze nicht unbedingt Panzer rum. Das heisst... So... Haben wir alles? Wo läuft hier hin? Was war das jetzt für eine Akzähl? Warum hatt ihr hier drinnen? Jut, der ist mit Muni voll, könnte man eigentlich schon mal in die Richtung nach oben stören. Hier unten sollte ich jetzt nicht mehr so viel rumflitzen. Nene, 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 das war schon richtig, ich wollte nur, dass er sich dahin kriegt. So. Na her, Jun, wo bist du denn? So. Darf ich den Spaß noch rein, was hier wichtig ist? Sehr gut, das dann auch noch. Dann können wir gleich weiter ziehen. Aber das würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.